Den hast du nur, wenn du was tötest, du Followerst. Gib mir den Rocket Launcher, hey damit. Alter. Kann ich skillen, kann ich skillen, gib mir. Ausschnitt. Muss, Ausschnitt, betrachten. Du musst auch sein Glasmund. Ich auch. Du musst ihm auch was geben. Was, was er gebrauchen kann. Das ist Feuerfliege für dich, ne? Das sind beide von mir. Oh nee. Irgendwie will ich dem gar nichts geben. Gib her, oder ich schieße. Ich glaube, auf dir habe ich das jetzt endgültig verschissen, oder? Ja. Danke, Leia. Das ist nur Mist. Du hast einen anderen aufgehoben, das weiß ich. Ach, ich meine, du hast echt noch was geben, ey. Das ist so deprimierend. Okay. Peiniger Glasforsche, Sirenen, na danke. Was das, ey, das ist mir, genau, was es ist. Also, ihr habt den aufgehoben. Und wie kommst du drauf? Gib mal her jetzt, bitte. Äh, 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 man, äh, äh. Ja, komm, es gibt den, und wir müssen jetzt einmal quer übers Feld. Sag, warst du den gerade ausgepisst? Sah so aus. Oh Gott, bist du wieder. Was ist das für ein beschissener Raketenwerfer? Raketenwerfer. Du wolltest den haben, man. Höhöhöh. Aber die kommen und sagen, ey, jetzt mach ich die tot, pass auf. Jetzt mach ich die tot. Peng. Alter. Ich soll mal runterkommen, ich... Ich weiß nicht. Zerflasht sie. Ey, ich kümmer noch einen, ich hab die Dschungel. Puff. Na, jetzt verpissen sie sich, weil sie mich hier sehen, ne? Verrückte Mongo-Junge. Ja, komm, so alles, komm, jetzt geht ab. Ich bin bei den Autos, wir uns laufen. Ich töte sogar was. Und da ist wieder der große Blaue. Ach, jetzt muss ich dich retzen. Ist das ein Witz? Ist das ein verdammter Witz? Wie soll ich dich retzen? Ich war mal am Boden. Ich bin auch am Boden. Du bist aber unwichtig. Ja, jetzt war ich dann gestorben. Ich bin so schlecht, du kannst euch gar nichts. Ich bin durchgekommen. Ach, Tom, ey, der zieht mich runter. Ich wäre auch durchgekommen, wenn ich mich umdrehen hätte, müsse ich mich zu retten. Ich respektiere meine Autorität. Aber wo bist du denn gespawnt? Ach, da. Wo bin ich jetzt? Schnell weg. Ich will das wissen. WTF, was war hier? Kauf dir die DLCs. Okay. Dann kann man die nämlich nebenbei machen, weil wir irgendwann in der Story Club Probleme mit dem Level bekommen, wenn wir zu dritt sind. Ja, das stimmt. Wir bekommen zu zweit, das ist schon teilweise manchmal Probleme, das könnte man schon verholen. Also kann man das zwischendrin als Füller gut machen. Was willst du denn da hinten? Oder wer hat das einfach nur noch als Auto geholt? Tsch. Alter. Ach da, Armonie kaufen kann ich auch mal. Also dann gibt es die DLCs endgeile Waffen. Das stimmt allerdings. Das ist gut. Schütze, Klaas, Matt. Die kostet... Berserker, Nahkampfschaden, endloser Zorn. Das ist ein endloser Zorn. Ja, ist das normal, dass es 72.000 kostet? Negativ. Was ist denn so ein Scheiß drin? Ich darf mich gucken, wie man das Ding machen. Wie soll ich mir das jemals leisten? Ich kenne deine Methode. Ich kaufe mir nur kurz Monima. Wee! Passt zur Hölle. Sieg und Sieg! Du hast uns tatsächlich übers Genehmig angekriegt. Ist danke. Nicht mehr. Hooray. Du hast Hure gesagt. Du hast Hure gesagt. Du auch. Ich darf dann auch. Boah, Alter. Win. Perfekt, win. So. Das darf irgendwie in keiner Folge fehlen, oder? Das macht am meisten Spaß. Also das... Das ganze Spiel kann auch so eine Art Autosimulation sein. Das hätt ich auch echt voll kein Problem mit. Pimp dein Auto so, weißt du? So ein bisschen... Fit my ride like? Ähm... Oh. Dann einfach gegnern da fahren. Wer das dingste Teil hat. Das heißt... Das ist mein... Alter, da rammen die nicht! Boah! Ich sag's auch noch! Ja, Paulus! Ja, das ist jetzt euer Problem! Ich wollte die Dreckzieht überfahren, aber irgendwie... Ich sag's auch noch! Fucking Hilfe! Schwarm zum Komma, bitte! The person you are called is temporary not available. Please try again later. Ich hab Angst. Da rammen die nicht! Brrrrrr! Ey! Aber du sprichst hier mit Rico, da musst du echt aufpassen, dass du das hast. Das hat wehgetan. Kommst du? Kommt ihr? Kommst du mit dem Auto hier runtergefahren, so? Leute, ich brauch Hilfe! Kommt ihr einfach mal entgegen, Dark Hells. Okay. Ja, hier unten, hier unten kannst du mich aufnehmen. Nicht da drüber, ich bin unten. Mensch Hellslayer! Ja, wie soll ich denn da... Alter, hier ist ne Waffenküster. Du kannst da drüber fahren, über die Klippe. Auf zu Ninianlan! Das hab ich auch immer gemacht. Oh, Alter, da ist ein 25er! Epic! Bitte töte mich nicht! Bitte töte mich nicht! Alter, du hast das Auto jetzt... Boah! Tschüss! Hehehehe! He, faa... Alter, da ist ein Sniper drinnen, da ist ein Sniper drinnen! Du weißt, dass ich hochkomme jetzt! Ich weiß, dass da höchstwahrscheinlich kein Sniper drinnen ist. Irgendwas ist da drinnen, irgendwas grün ist, ich kann es ehrlich gesagt nicht erkennen. Irgendwas grün ist es mega. Vielleicht ne grüne Top-Sniper oder so? Grüne Top-Sniper gibt's nicht, die ist dann blau oder lila. Leute, ich könnte mir auch Hilfe gebrauchen. Ja, du bist ja schon deiner Nähe gespawnt, ich bin gleich da. Da bin ich schon bei Flo rausgekommen. Äh... Ich hasse euch ja voll. Und die da oben in Rosa auslust? Ja, ich muss erlaufen! Also ein Auto explodiert ist! Nein, im Auto explodiert ist! Gibst du wieder? Hierbei krieg ich noch EP für das bisschen. Ich mach so kein Damage irgendwie. Du kriegst aber Damage dafür. Ich glaub ich hätte diesen Rocket Launcher-Müll-Skill sollen. Alter, wie weit seid ihr entfernt? Keine Ahnung, ich bin bei dem wieder gespawnt. Weißbruchfeuer war. Ich bin jetzt im Klo. Woll! Schau mal auf die Karte! Nein! Du-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di! Bonanza! Ich brauch noch ein kleines bisschen bis ich da habe. Hm... Ach, was die ganze Action! Level up! Ach, und da sind grad ein paar Viecher. Ich bring noch ein paar Vögel mit. Hoff ihr habt nichts dagegen. Ich helfe dir aber nöt. Wenn du verreckst, verreckst du. Ja, die greift die ... Der rennt weg, Alter, man! Er soll hierbleiben! Da hab ich euch, da hab ich euch Ja man Hat er den Weg nach Hause gefunden, da sind die Vögel übrigens Wie viel nach Hause telefonieren Finger nach oben zeigen What the fuck Das hat mir getan Alter du Haufen, hör auf Sachen anzuschleppen Ich hab'n Dot, ich hab'n Dot, nein Ich denk, was brodelt der denn so komisch Gib dem auf Fress dich, gleich sterb ich alter Ja, besser du als ich Nix da Help me Guck mal, die PPZ Liquid Thunder Alter, die will ich Kinder wäre das Dreckwille Die hat ü... Alter Wie geil Boah, was für geile Rocket Lashes es gibt und ich kann sie mir leisten Wie geil die war für das, das schenkt mir Geld Ich brauch Geld, schenk mir ganz viel Geld bitte Also für Geld musst du eine Gegenleistung bringen Ja, tu ich Tch Tch Mäder wird also Die ist krass geil Boah, so Mist Boah, so Mist Tch Boah, so Miege Ja, ich bin dann Boah, so Mist Böh, so Mist Boah, so Mist Ja, hatte Pimpin Bipin Oh, ich bin die, ich bin die Sniper, verdammt. Dann kauf sie die, du Öko. Ich habe nur die Hälfte von dem Geld, das ich brauche. Wenn du jetzt einen Deal hättest, hätt ich dir das Geld gegeben, aber du brauchst ja keinen. Das wäre eigentlich möglich, trotzdem dem die Kohle zu geben. Aber, da wir das ein bisschen, also ich denke mal schon, dass wir das Spiel Let'schit durchspielen wollen, wenn wir das natürlich nicht tun. Ah, du meinst den, ja, nee, das ganz sicher nicht. Hier hoch, hier, Deppen. Hier gibt's neue Autos. Mir ist doch scheiße, ich glaub's da neue Autos geben. Und ein Ding zum Porten gibt's da. Eine Reise. Du Stück Scheiße, gehst du aus dem Menü? Ich will jetzt ganz aborten. Boyerlands reagiert nicht mehr. Crazy Earl's Scrappy Art, what? Guck mal, nun, Joe. Wie's wusste. Ja, jetzt Boyerlands funktioniert wirklich nicht mehr, scheiße. Einfach arschlich. Ja, so wie in der ersten Folge. Wo ist mein Auto? Ich, da ist auch grad drin. Verdammt, am Mist. Ernsthaft, Tom, kauf dir DLCs, ich meine das ernst. Was kostet das alles so viel? Natürlich glaub ich mir die DLCs. Ja, nee, die kann man dann nebenbei, wie gesagt, einwerfen und die bringen... Schütze-Glas. Alter, wo puss ich dich, Alter, du... Alter, mach dich vom Acker. Alter, das macht bloß 70% Sniper-Refleschern bei Crit. Das ist... Du regst mich auf? Du regst mich unglaublich auf. Mindestens Level 22. Fahm auf. Nee, dass du kein... Du machst kein Damage und blockst mich auch noch. Ey, schlimm genug. Oh, das Grüne, oh Gott. Schieß mir in den Mund. Schieß mir in den Mund. In sein langes. Wie soll ich ihn mit Sack in den Mund schießen, bitte? Surprise! Da fehlt das. Wieso one-hit-tet der mich? Ist das normal? Ich weiß, was da ausfällt, aber das kann ich nichts anderes sagen. Hä, was? Ja, surprise! Besagt, da fehlt aber. Okay, wir sind... Und wir sind an einem toten Punkt angekommen, oder? Ich lebe auf, eben, hebe mich auf, hebe mich zuerst auf, ein wichtiger. Nö. Du nicht. Du Stück Dreck. Ich hab ihn halt hier zuerst gesehen, nicht mehr ein Fehler. Alla, machst du dich mal hier hin? Alter, ich bin das. Ich bin auf, man. Ich bin auf. Quatsch. Ihr mich nicht aufschiegt? Ich, 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 ich wundere mich ja da. Tom. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, Junge. Ja, die hab ich dann beim nächsten Mal, verspreche ich. Versprochen und wird nicht gebrochen. Ich weiß, wo du wohnst, kommt vorbei. Nöoinn! Ne, du weißt nicht, wo ich wo. Keine. Jetzt irgendwas Grünes. Ich drück mal drauf. Click her. Geh weg da! Boah! Alter, ich bin ein bisschen. Alter, der hat mir mit einem verdammten Treffer... hier. Wie viel Schaden die machen. Ist das Ding an? Hör zu, ich sag rein gar nichts, bis du diese Atzenmistfächer losmissen. Was ist für ein Spast? Keine Eile. Ey, pass. Mensch, wir können gerade rausschießen. Du bist echt so ein Idiot. Ich hör das wie von hinten an. Bam. Ja, kommt da mal was. Hau hin, hau hin, hau hin, hau hin. In den Arsch. Du meinst das kaputt. Das haben wir schon auch kaputt. Ich muss das Vieh nur richtig treffen. Dann kann ich dem tausend nicht spielen. Ich lüte überall Fässer, wenn ich hier arfe. Boah, Junge. Du Zyscho. Alter, von vorn, alter. Scheiß, ich sehe die Explosion dahinten. Ich auch. Ich werde dich nicht tragen, also krieg dein Asch. Alter, allein schon der Laufweg ist ewig. Zu verdammt knapp, du. Meine verdammten Granaten prallen überall ab. Das war dumm. Ich bin gestorben. Rett sie, Alter, rett sie. Ich kann boxen, während ich dich retze. Nice. Sei dankbar, du Stilber. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Da, schon wieder. Boah, Junge. Was können wir überhaupt, man? Schlechter Witz, sowas. Geht das schneller? Kann das sein? Keine Ahnung. Heb mich auf. Heb mich auf. Mehr, Mann. Oh. Alter. Alter, wollt ihr mich verarschen? Das ist ein schlechter Witz, oder? Crit. Ja, come on. Crit kann... Crit kann... Nein. Sagt mir, ihr habt ihn getötet jetzt, ne? Nee. Das kostet Geld, ne? Das kostet Geld, ne? Flo, hier ist ein fetter Rocketdown-Tumbling, ne? Also, das kostet fucking Geld. Das kostet fucking Geld. Oh, ist denn, ne? Da. Zweimal mit meinem vergleichen. Ah, der hat sich grad die ganze Kiesse genannt. Nee. 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 Ich will mal nö sagen. Vielleicht merkt es ja keiner. Nee, war was anständiges drin? Nee, nur Scheiße. Das kostet Geld. Das ist mein Ernst. Nee, ohne Bezeichnung Scheiße. Nee, ohne Bezeichnung Scheiße. Ja, der kommt schon wieder Raketen geflogen. Ach, das bist du diesmal. Ey, Alter. Alter hat sich nur noch von den Dinger weggefallen. Ey, Alter. Nein, hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hey! Hey Orange! Hey! Du weißt, wie viele hier sind, wenn ich dir einmal meinen Facewalker mache, war's das. Ey, guck mal da vorne. Der Vorsprung. Meins. Meins. Nee, Alter. Das ist ein bisschen runtergefallen. Geht weg. Daynen sind ein paar Idioten hier oben drauf. Mia! Alter. day see ah, noch eine kiste discoveries, und schwebt moment ist das was da mit der Facebook sie für die Becher springt worden von dem Passwasser stand das war ich glaube ich die Worte und sie treffen es ist dort für die was eine Explosion wieder an die Spanke müssen alle müssen darunter ich will aber nicht um das für von Jomas die Fieber Boxen zählt negativ es wird sich oder in der Welt das war hat er Pro ein Witz mit nur die ganzen Banditen umliegen mehr müssen wir gar nicht machen